Väter und Mütter ringen in der Erziehung. Tatsächlich, sie ringen in der Erziehung. Es ist nicht immer eine Übereinkunft, die zwischen Eltern besteht, was die Erziehung der eigenen Kinder anbelangt. Oft ist es realistisch gesehen ein Ringen, das heißt eine Konflikthaftigkeit. Der Vater ist nicht der Auffassung wie die Mutter. Die Mutter ist nicht der Auffassung wie der Vater. Es gibt also einen Dissens. Und der Dissens oder der Konflikt ist etwas ganz Natürliches in unserem Leben. Und sich Konflikten stellen zu können und gerade Erziehungskonflikten stellen zu können, ist etwas Wesentliches. Es geht nicht darum, dass beide an einem Strang ziehen und das Kind vielleicht unterwerfen oder so eine laissez-faire-Art drauf haben, dass die Kinder machen können, was sie wollen. Oder wie man das heute oft beobachtet, tatsächlich die Erziehung der eigenen Kinder aufgibt. Diesen Eindruck habe ich sehr oft. Dass Menschen das gar nicht mehr interessiert, dass die Erziehung delegiert wird an die Schule. Es wird an die Schule abgewälzt oder an die Kita, den Kindergarten. Also an anderes oder von mir aus an ein Pad, an das Internet, an die Medien, wo man die Kinder berieselt, um sie bloß nicht irgendwie am Hals zu haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund. Das ist etwas sehr Schwieriges und da sind die Eltern einfach nicht anwesend. Das heißt, die Kinder müssen auch immer wieder mitbekommen, wie die Eltern um sie ringen. Da hat der Vater eine andere Auffassung, nicht immer, aber durchaus immer mal wieder als die Mutter. Und ist die Mutter unzufrieden mit dem, was der Vater tut? Und der Vater unterstellt sich durchaus auch der Mutter und macht mal etwas, was er eigentlich nicht tun würde oder alleine mit dem Kind täte, der Mutter zuliebe. Aber wenn er das stets tut und immer tut und so ein Schlappenheiner ist, ich habe das gerne früher mal Schlappenheiner genannt, dann ist das ein Problem. Dann hat der aufgegeben und ist Befehlsempfänger geworden und er hat sich überhaupt rausgezogen aus der ganzen Geschichte, wie wir das früher auch hatten. Früher waren Männer überhaupt nicht präsent. Die waren in ihrem Militärlager oder in ihrer Firma und haben ihr Leben der Firma geopfert und hatten natürlich eine Familie offiziell und haben sich damit geschmückt, aber sie waren nicht wirklich beteiligt. Aber was zählt und was vor allem für die Kinder zählt, ist die Präsenz beider Eltern. Beide Eltern müssen, sollen, dürfen präsent sein und durchaus unterschiedliche Auffassungen haben. Und dann gibt es eben Konflikthaftigkeiten. Aber in den Konflikthaftigkeiten gibt es dann immer wieder, und das ist das Natürliche, und stark zu betonen, eine Kompromissbildung, tatsächlich eine Kompromissbildung, die geschieht. Sodass man sich wiederfinden kann oder dass man etwas stehen lässt, dass man einfach einen Respekt hat vor dem, was der andere tut und man ist überhaupt nicht der Auffassung. Und es ist schwer, mit sowas umzugehen. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber dann findet man sich immer wieder und dann gibt es eine Diskussion und dann gibt es einen Diskurs und die Kinder bekommen das alles mit und das ist wichtig, dass die Kinder das mitbekommen. Weil sie merken, sie sind den Eltern wichtig. Und die Eltern haben unterschiedliche Auffassungen. Und sie dürfen diese unterschiedlichen Auffassungen haben. Ich meine, seien wir uns darüber im Klaren, wir leben in einer Demokratie. Das möchte ich betonen. Ich betone das ganz oft hier in meinen Videos und Audios, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Kultur leben, in dem wir Dinge aushandeln. In dem wir unsere Interessen vertreten und vertreten gesehen wollen. Und nicht etwas nur blind annehmen oder konsumieren, sondern wir stehen für uns ein. Wir kämpfen durchaus auch für etwas, aber nicht einseitig im Kampf, wo es nur um Win-Win geht oder Lose-Lose geht, sondern im Sinne einer Gemeinsamkeit, im Sinne eines Konsens, der entsteht. Also im Sinne einer Kooperation dann letztendlich auch. Das ist wichtig. Und wenn das geschieht in der Erziehung und dieses Ringen auch immer wieder stattfindet, auch wenn es nervig ist und wenn es manchmal anstrengend ist, man denkt, Gott, wäre ich doch lieber alleine, könnte ich doch jetzt mal alleine in Urlaub machen oder irgend sowas. Oder ich will nur noch für mich oder ich ziehe mich zurück. Ja, natürlich, es gehört dazu. Aber es ist eben nicht, sondern es ist nicht das Aufgeben, sondern tatsächlich sich dieses gegenseitige, wechselseitige Bemühen und auch unterschiedliche Auffassungen haben können, wie man dann entsprechend verhandelt. Ich betone verhandelt, um dann zu einer Gemeinsamkeit letztendlich immer wieder finden zu können. Darum geht es. Und insofern ist Erziehung von Kindern ein Ringen von Vater und Mutter. Und insofern ist er,